Den Namen von vielen Fußballvereinen hier in Deutschland folgen meistens ein ziemlich ähnliches Muster. In der Regel beinhalten diese entweder den Namen einer Stadt, Stadtteil oder Region. Zusätzlich kommt noch die Vereinsbezeichnung vorne hinzu und hinten die letzten zwei Zahlen vom Gründungsjahr. Manche Vereine erwähnen noch die Clubfarben oder benutzen alte lateinische Begriffe. So oder so ähnlich sind Vereinsnamen in Deutschland meistens aufgebaut und obwohl man das nicht muss, halten sich viele Vereine hierzulande an dieser Regel. Nicht nur in Deutschland ist es so, sondern auch in anderen Teilen auf der Welt. Während dort viele Vereine nach Ortschaften, Stadtteilen, Firmen, Regionen oder Religionen benannt werden, gibt es vereinzelt auch Vereine, die den Namen nach einer berühmten Persönlichkeit vergeben. Im heutigen Video 5 Fußballvereine, die nach echten Menschen benannt sind. Nummer 5. Scheich Russell KC Scheich Russell KC ist ein Fußballverein aus Dakar und spielt derzeit in der Bangladesh Premier League der höchsten Spielklasse im Land. Wenn ihr das letzte Video über die Städte mit den meisten Erstligisten gesehen habt, dann habt ihr diesen Verein bestimmt schon gesehen und euch ist aufgefallen, wie hässlich ihr Vereinsemblem ist. Auf diesen sehen wir eine weiße Friedenstaube im Hintergrund und in dieser Taube in der Mitte ein kleiner Junge. Dieser kleine Junge ist Scheich Russell, der jüngste Sohn vom Scheich Mujibur Rahman, der erste Präsident Bangladesch. Während eines Militärputsches 1975 wurden sein Vater und seine Mutter am 15. August im Familienhaus ermordet. Der 10-jährige Russell konnte zwar noch fliehen, wurde jedoch von den Attentäter abgefangen und später auch getötet. Heute, 47 Jahre nach seinem Tod, gibt es Schulen, Stiftungen und Universitäten im Land, die nach Scheich Russell benannt wurden. Und seit 1995 gibt es auch einen Fußballverein, der 2012-13 sogar Meister wurde, der seinen Namen trägt. Nummer 4, FC Carl Zeiss Jena. Der FC Carl Zeiss Jena ist ein Fußballverein aus der ehemaligen DDR und der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Nach mehreren Namensänderungen wurde der Verein am 20. Januar 1966 als Fußballklub Carl Zeiss Jena neu gegründet. Carl Zeiss ist ein Unternehmen, das im November 1846 in Jena gegründet wurde. Gründer war dabei Carl Zeiss, ein deutscher Mechaniker und Unternehmer, nach ihm auch die Firma und sozusagen auch der Fußballklub benannt wurde. Carl Zeiss konnte diesen Verein jedoch niemals zu Gesicht bekommen, denn er starb bereits im Dezember 1888 im Alter von 72 Jahren. Nummer 3, Wilhelm Tway Tilburg. Wilhelm Tway Tilburg ist ein Profifußballverein, der 2021-2022 von der Eredivisie in die zweite niederländische Liga abgestiegen ist. Am 12. Januar 1896 wurde dieser Verein in Tilburg gegründet, wurde nach einem Jahr in Wilhelm Tway Tilburg umbenannt. Der Namensgeber des Vereins war Wilhelm Friedrich Georg Ludwig von Oranje Nassau, kurz Wilhelm II. Wilhelm II. war der zweite König der Niederlande, der von 1840 bis zu seinem Tod 1849 das Land regierte. Der Klub wurde nach ihm benannt, weil dieser sein militärisches Hauptquartier nach Tilburg verlegte und 1849 in der Stadt starb. Der Verein wurde dreimal niederländischer Meister und zweimal niederländischer Pokalsieger. Nummer 2, Kaiserschiefs FC. Die Kaiserschiefs sind ein südafrikanischer Fußballverein aus Johannesburg. Dieser Verein wurde insgesamt 13 Mal Meister und 41 Mal Pokalsieger in Südafrika und erreichte 2021 das Finale der Champions League. Im Jahr 2000 wurde die britische Rock-Pop-Band Kaiserschiefs gegründet, die bis heute noch existiert. Diese Band ist jedoch nicht der Grund, warum der Verein so heißt, wie er heißt. Die Band Kaiserschiefs wurde von Lucas Radebe mitgegründet, der 1989 bis 1994 als Verteidiger beim Klub aktiv war. Der tatsächliche Grund für die Namensgebung des Vereins war ein anderer südafrikanischer Fußballspieler. Kaiser Mouton war ein ehemaliger südafrikanischer Fußballspieler und war hauptsächlich in den USA aktiv. Während seiner Karriere gründete er 1970 in Südafrika einen Verein und gab ihm den Namen Kaiserschiefs FC. Kaiser war dabei sein Vorname und Schiefs sehr wahrscheinlich eine Anlehnung an die Atlanta Schiefs, wo er 1970 noch als Spieler aktiv war. Lustigerweise spielte der Gründer von Kaiserschief, Kaisermouton bis 1986 beim Erzrivalen Orlando Pirates und machte dort im Alter von 16 Jahren sein Profidebüt. Nummer 1 Ceramica Cleopatra FC Der Ceramica Cleopatra FC ist ein ägyptischer Fußballverein mit Sitz in Gizeh und spielt seit dem Aufstieg 2020 in der ägyptischen Premier League. Der Verein gehört der Cleopatra Group an, einer TV- und Media-Gruppe in Ägypten. Diese Gruppe und deren Profifußerverein wurden nach der ehemaligen Königin von Ägypten, Cleopatra VII. benannt. Cleopatra herrscht als letzte Königin der makedonischen griechischen Dynastie von 51 bis 30 v. Chr. über Ägypten. Sie nahe am Ende ihrer Herrschaft Selbstmord und wird heute in vielen literarischen Werken und Büchern als der Inbegriff der Schönheit und der Verführungskunst gezeichnet. Seit 2007 ziert ihr Name und ihr Gesicht auf dem Logo eines ägyptischen Erstligisten. Ja Leute, das war's jetzt auch mit diesem kurzen Video. Wenn ihr Bock habt auf einen Teil 2, dann schreibt weitere Vereine, die nach echten Personen benannt wurden, in die Kommentare und je nach Interesse werde ich ein weiteres Video dazu machen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Fußball im kleinsten Land der Welt ist oder was die höchsten Ergebnisse im Fußball jemals waren, dann klickt hier in der Endcard. Like und abonnieren nicht vergessen. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Das war's mit dem Video.